Herzlich Willkommen hier bei uns im Tanzstudio Stoll. Das ist die Alexandra, ich bin der Sascha und wir zwei möchten euch mal in die Grundlagen des Disco Fox einführen. Die Herren-Trio. Liebe Herren, keine Panik, alles wird gut. Ganz cool bleiben, mal kurz in den Blocklauf, wieder zurückkommen. Jetzt kommt eine Figur für euch. Die Damen beginnen spiegelverkehrt mit dem rechten Fuß. Also die Damen mit rechts zur Seite, rechts, auch hier darauf achten, den Fuß nicht nachziehen, machen Damen gern ein bisschen Hüftschwung rein, damit der Fuß nachgezogen. Das ist aber hier falsch.